Willkommen zum runterleuten FCA-Talk, jetzt mit Sponsorenwand, genau einen Sponsor, nämlich uns haben wir gefunden und zum letzten Mal mit, vorerst zum letzten Mal muss man sagen, vorerst zum letzten Mal mit Johannes Graf, der, was kann man sagen? Ich bin einer von diesen Vätern, die einfach meinen, sie müssen Elternzeit nehmen und deswegen sich einfach mal für ein paar Monate verabschieden, ja. Oder hört, es ist ganz schlimm für den Arbeitgeber und so. Unter anderem für den Arbeitgeber, ja. Aber vielleicht freuen sich auch ein paar Leute. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch für manche eine gute Nachricht, dass die Berichterstattung jetzt endlich mal objektiv und kritischer wird. Genau, da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber vielleicht für manche eine gute Nachricht, nein, natürlich schade, aber auf der anderen Seite auch schöne Zeit. Beim FCA-Talk geht es aber vor allem um das nächste Spiel, das FCA Augsburg gegen Hannover. Hannover, ein Gegner, bei dem jemand spielt, sie nannten ihn Lücke. Genau, Niklas Füllkrug. Die Augsburger erinnern sich irgendwie nicht so gern an ihn. Der hat sich in der Vergangenheit ziemlich geärgert, immer mal wieder, würde ich sagen. Ja, drei Spiele in, weiß gar nicht, ich glaube, drei Tore, vier Spiele. Drei Tore, vier Spiele. Unter anderem zwei davon beim letzten Heimspiel, beim Stand von 1-0. Füllkrug eingewechselt, Doppelpack 2-1 Hannover. Nicht so schön aus Augsburg. Es gibt ja die gute Nachricht, in dieser Saison hakt es so ein bisschen bei ihm. Er hat bisher nur zwei Tore in acht Spielen erzielt, für seine Verhältnisse eigentlich relativ wenig und deswegen darf sich der FCA Augsburger dann vielleicht doch Hoffnung machen, dass Lücke diesmal keine Lücke in der Augsburger Abwehr findet. Ihr seht schon, wir haben uns krass vorbereitet mit Zahlen und Wortspielen. Was natürlich auch ein Thema gewesen ist in dieser Woche, wieder mal Kai Ubi. Deine Meinung? Ja, er schafft es irgendwie doch immer wieder mal für eine Schlagzeile zu sorgen. In dem Fall jetzt würde ich ihm gar keine so große Schuld geben. Also natürlich ist es ein Fehler, zu spät zu einer Sitzung zu kommen von einer Mannschaft, von einer Videoanalyse. Allerdings behaupte ich jetzt mal, dass das mehreren Spielern in dieser Saison passiert oder passieren wird. Also den Fehler an sich, der ist jetzt nicht schlimm, aber natürlich, wenn man den ganzen Hintergrund kennt von Kai Ubi, wie er zu spät aus dem Urlaub gekommen ist, die Ermittlungen, wenn man das alles zusammen sieht, dann ist es natürlich dann doch wieder ein Fehler, der irgendwann dann mal dann doch den Ausschlag geben kann, dass vielleicht der Trainer und Verantwortliche mal zu einer anderen Meinung über Kai Ubi kommen, als sie bisher kamen. Das könnte sein, Kai Ubi gegen Leipzig, einer der auffälligsten Spieler, leider jetzt nicht so aus Augsburger Sicht nicht so wahnsinnig effektiv, außer mit der gelben Karte, aber da war er natürlich in guter Gesellschaft. Man hat ihm angemerkt, er wollte was gut machen, hatte ich den Eindruck und vielleicht könnte das ja gegen Hannover sogar der, naja, ein entscheidender Faktor werden. Ohnehin Hannover, Rani Kedira war es glaube ich, der gesagt hat, jetzt brechen die Wochen der Wahrheit einen an. Und warum ist das so? Ja, man hat natürlich schon den Eindruck, jetzt der FC Augsburg ist gut in die Saison reingekommen, er hat gegen Top-Teams eigentlich sich wirklich gut verkauft, er hat auf Augenhöhe agiert, allerdings einfach zu wenig Punkte geholt für den Aufwand, den er betrieben hat. Und jetzt kommen eigentlich so die Mannschaften wirklich auf Augenhöhe, wo man sagt, ja, da ist der FCA vielleicht sogar manchmal leichter Favorit und jetzt müsste er eigentlich die Punkte holen, um in die Tabellenregionen vorzustoßen, in denen sich viele Spieler sehen. Also das heißt schon so, ober der Tabellenhälfte, da wollen wir uns schon festsetzen. Und man hat jetzt Gegner mit Hannover, Nürnberg, genau dazwischen noch das Pokalspiel gegen Mainz, wo man auch sagen kann, okay, wenn man da gewinnt, dann steht man im Achtelfinale, ist ja auch so ein Signal nach außen. Und also ich kann das schon verstehen, dass Kedira da sagt, die Wochen der Wahrheit, weil jetzt einfach Gegner kommen, wo man punkten, ich sage jetzt nicht muss, aber natürlich die Aussichten sehr gut sind, dass man punktet. Und wenn man nicht punktet, andererseits muss man auch sagen, dann rutscht man natürlich so ein bisschen unten rein und kommt eigentlich dahin, wo man gar nicht will. Oder um es mit Jose Mourinho zu sagen, I won't say that we must not win, don't say that we have to win, but we must not lose. Ja, okay. Also Wochen der Wahrheit für den FCA, es geht um die Wurst und los geht es mit Hannover. Deinen Tipp? Boah, es ist immer schwierig. Also Hannover ist so eine Mannschaft, ja, weiß ich nicht richtig einzuschätzen. Wird ein ganz enges Spiel, ich sage mal der FCA gewinnt 2 zu 1. Na, das ist doch was. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald oder bis später. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020